Ich bin 2025 geboren, aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen, wie alle meine Helden. Ich lebe hier in Columbus, Ohio. 2045 immer noch die am schnellsten wachsende Stadt der Erde, was einem aber nicht so vorkommt, wenn man in den Stacks wohnt. Man nennt unsere Generation die verlorenen Millionen. Verloren nicht, weil wir verschwunden wären. Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Eine Welt, in der die Grenze der Realität deine eigene Fantasie ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017